Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal und zwar geht es dieses Mal um das Administrieren eines Web-Servers. Das bedeutet, wie pflege ich meinen Server, wie mache ich da tatsächlich mal meine Webseite online und wie funktioniert das überhaupt alles. So, ja zuerst einmal, wer braucht alles einen Server? So ziemlich alle Leute wollen einen Server haben, glaube ich und der Grund dafür ist einfach mega geil. Ihr könnt irgendwelche Aufgaben drauf auslagern, das heißt ihr könnt irgendwelche Berechnungen, die für euren Rechner zu lange dauern würden, dort drauf laufen lassen. Ihr könnt aber vor allem auch so Sachen machen wie eine Webseite hosten, sprich ihr habt dann für alle Leute zugänglich eine Online-Webseite, so wie diese Webseite, die wir uns gerade angucken. Ich glaube jeder weiß, was eine Webseite ist. Ihr könnt einen Game-Server drauf laufen lassen, ihr könnt einen Team-Speak-Server drauf laufen lassen, all diese Dinge. Und dazu braucht man einen Server. Ein Server ist ein spezieller Rechner, also eigentlich ist es kein spezieller Rechner, eigentlich ist es ein ganz normaler Rechner, der 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche läuft und zwar immer, immer, immer. Denn wenn der Server mal nicht läuft, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn es ein E-Mail-Server ist, keine E-Mails verschicken, wenn es ein Website-Server ist, die Website nicht erreichen. Und stellt euch mal vor, YouTube wäre zum Beispiel an einem Tag in der Woche nicht erreichbar, würde quasi Sonntagsurlaub machen. Dann hättet ihr wahrscheinlich ein ziemlich großes Problem, weil ihr sonntags höchstwahrscheinlich immer mal wieder gerne ein YouTube-Video gucken wollt. Und ja, deswegen muss man dafür sorgen, dass so ein Server immer läuft. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, nämlich erstens, ihr könnt einen Server bei euch zu Hause aufstellen. Und das Zweite, das was wir machen werden, weil es einfach im Endeffekt sogar billiger für uns ist, ihr könnt euch einen Server mieten. Und das werden wir machen bei HK Hosting, dazu einfach mal auf die Webseite gehen, hk-hosting.de, beziehungsweise in der Beschreibung vom Video, da habe ich auch einen Link drauf, wäre cool, wenn ihr da draufklicken könntet. Und genau, die lieben Jungs von HK Hosting, mit denen habe ich tatsächlich schon persönlich geredet, sind echt nett, die wollen für uns einen Server bereitstellen, sodass ich meine Webseite für euch hosten kann. Im Gegenzug dafür mache ich natürlich dann Tutorials für sie. Das heißt, ich zeige quasi, wie ihr einen Server bei denen, also bei HK Hosting, dann wirklich administrieren könnt. Wie ihr dort quasi eure Webseite drauf hosten könnt und so weiter und so fort. Ganz kurz zum Unternehmen an sich, ihr findet die Webseite hier ganz einfach auf hk-hosting.de. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr so bestellen wollt, also die virtuellen Server, das sind quasi Server in solchen Serverschränken drin und da sind ja logischerweise extrem starke Rechner drin. Und was ihr davon kriegt, ist quasi nur ein Teil, das heißt, ihr kriegt nicht den kompletten Rechner, sondern ihr kriegt einen Teil davon. Dedizierte Server sind dann wirklich, ihr kriegt den kompletten Rechner und Gameserver, die setzen quasi auch alle Rechner für euch auf. Also die machen das vollautomatisch, ihr habt, wenn ihr dort was bestellt, in 0,0 Sekunden euren Server verfügbar. Und ja, das ist ziemlich praktisch, weil eben alles so automatisch läuft. Und das Tolle ist, ihr könnt euch sogar euren Server selbst zusammenstellen, wenn eins von diesen Paketen nicht perfekt auf euch passen würde. Wir werden mit dem Mini hier starten, aber nur ganz kurz, ihr könnt hier euch wirklich durchklickern. Und wenn euch keins von diesen Paketen hier gefällt, also von Mini bis Business, könnt ihr euch hier immer noch zusammenschrauben, was ihr so braucht. Dazu einfach hier dann einstellen, ich hätte gerne volle 8 Kerne mit mega Rechenleistung. Hier, ich hätte gern haufenweise 32 GB Arbeitsspeicher oder ich brauche eine mega große Festplatte oder sonst irgendwas. Also Prozessor-Kerne sind für die Geschwindigkeit, Arbeitsspeicher ist für die Menge an Sachen, die ihr auf einmal laufen lassen könnt, sprich einen Arc-Server, einen Teamspeak-Server, eine Webseite, einen E-Mail-Server und so weiter und so fort. Dann braucht ihr immer mehr Arbeitsspeicher. Und Festplatte ist eben, wie viele Daten habt ihr dann tatsächlich dort. Zum Beispiel für einen Cloud-Server wäre logischerweise sinnvoll, richtig viel Festplatte zu haben. Okay, Betriebssystem, wir werden anfangen mit einem Linux-Server und später uns dann Windows-Servern zuwenden. Das hoffe ich passt für euch. Genau, und hier die Anbindung ist auch ziemlich faszinierend, finde ich. Für nur 90 Cent mehr könnt ihr einfach das Zehnfache an Leistung kriegen. Also hier einfach mal 1000 Mbit. Ich hätte auch gern 1000 Mbit bei mir zu Hause. Naja, okay. So, und damit ihr jetzt nicht die Katze im Sack kauft, möchte ich euch noch ganz kurz ein bisschen was über die Technik von ihnen erzählen. Und zwar, wenn ihr... Achso, genau. Der Kontakt ist natürlich auch immer sehr wichtig. Wenn irgendwas nicht funktioniert, die antworten wirklich super schnell und ja, sind auch immer sehr hilfsbereit. Mein Gott, ich kann heute nicht reden. Okay, was wir hier sehen, ist erstmal eine kleine Übersicht, was es so alles gibt. Okay, was ist Raid? Raid sind sozusagen Varianten, wie man defekte Festplatten... Und ja, eine Festplatte kann kaputt gehen und das passiert auf einem Server häufiger als auf einem normalen Desktop-Rechner, weil die Server-Festplatten ja rund um die Uhr am Arbeiten sind. Und da ist es ziemlich praktisch, wenn man die austauschen kann, ohne den Server runterfahren zu müssen. Denn wenn ihr jedes, keine Ahnung, einmal im Monat oder von mir aus auch nur einmal im Jahr, einen Server-Neustart habt, nur weil ein, zwei Festplatten kaputt gegangen sind, dann wäre das ärgerlich. Und dafür hat man ein Raid, man hat sozusagen einfach die Daten über mehrere Festplatten kopiert und kann, egal von welcher Festplatte, darauf zugreifen, sprich, wenn eine mal kaputt geht, kann man die einfach rausziehen, neue reinstecken, dann wird auf die neue alles drüber geschrieben und schon seid ihr wieder dabei. Und dazu muss eben nichts neu gestartet werden. Ziemlich geil. Okay, dann über Backups habe ich auch gerade schon. Im Prinzip sind ja Raids auch für Backups gedacht. So ein bisschen, wenn man es zu Hause benutzt, aber eigentlich eher, dass man die Festplatten im Live-Betrieb umschalten kann. Backups machen sie aber auch. Und zwar innerhalb weniger Minuten steht hier. Ziemlich praktisch. Und zwar vollautomatisch. Ja, ziemlich geil. Okay. Monitoring ist auch ziemlich nützlich natürlich. Man kann jederzeit schauen, wie ausgelastet ist mein Server und dadurch kann man vielleicht auch Rückschlüsse ziehen. Wird man gerade angegriffen oder sowas? Ihr habt wahrscheinlich auf meinem Kanal schon gesehen, dass es da ein paar Videos zu Angriffen gibt, beziehungsweise zur Verteidigung dazu. Ja, und Wartungsarbeitung, Störungsmeldung und so weiter kann man auch jederzeit angucken. Was vielleicht aber für euch noch besonders interessant ist, ist diese DDoS Protection. Und zwar kann man da Angriffe abwehren in Höhe von 850 Gigabit die Sekunde. Jetzt, wenn man sich überlegt, dass ein starker Server 1 Gigabit die Sekunde hat, dann bräuchte man 850 von diesen starken Servern, damit man überhaupt nur durch die DDoS Protection durchkommt. Das ist schon echt einiges. Und das ist auch wirklich, also ziemlich geil, muss man sagen. Und ja, finde ich super. Cool. Ja, was wir hier unten sehen, ist das Rechenzentrum. Könnt ihr euch mal gerne durchlesen. Belüftung und so weiter. Kamera überwacht. Ja, was euch aber wahrscheinlich eher interessiert, ist das hier. Ihr seid direkt am DZX, beziehungsweise D-Kicks, wie man ihn eigentlich aussprechen sollte. Ich sage trotzdem immer DZX, sorry. Und zwar, was ist das? Das ist der riesige Verteilerknoten, ein Internet-Exchange-Provider. Und da hängen sozusagen alle Großen dran. Sprich, da hängt euer Internet-Provider dran. Also wahrscheinlich KBW oder Telekom oder sowas. Oder Unity Media, wie sie ja jetzt heißen. Und ihr hängt dann mit eurer Webseite, beziehungsweise mit eurem Web-Server auch da dran. Und zwar mit einer 10, beziehungsweise, ja, mit einer 10 Gigabit-Leitung direkt dran. Das ist besonders cool, weil ihr sozusagen direkt am DZX seid und der DZX direkt an eurem Zielsystem, also quasi an den Leuten, die auf eure Webseite dann drauf zugreifen wollen. Sprich, die Ladezeiten sind echt quasi nicht vorhanden. Und das ist, ja, das ist echt nice. Und zu guter Letzt haben wir hier unten noch eine kurze Erklärung, was KVM ist. Aber warum muss man lesen, wenn man mich hat? Ich kann euch das auch einfach kurz erklären. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man virtuelle Server hat. Also hier oben, wir wollen einen virtuellen Server, keinen dedizierten haben. Man hat zwei Möglichkeiten. Man teilt sich ja im Prinzip die Hardware mit anderen Leuten, weil die Rechner eigentlich viel stärker sind. Aber wir als einfache Webseitenbetreiber, wir brauchen zum Beispiel nicht so eine starke Webseite, aber manche Leute brauchen vielleicht dafür die Leistung von zwei Servern oder sowas. Und dazu gibt es zwei Technologien. Eine nennt sich KVM, die andere OpenVZ. OpenVZ macht das Ganze so. Jeder, der was braucht, der nimmt sich einfach und wenn halt nichts mehr da ist, dann ist halt die Leistung weg. Man verteilt ungefähr so, dass wenn jeder durchschnittlich viel Leistung verbraucht, dass dann alles gleich ist oder dass alle dann in etwa fair die Leistung auch zugeteilt bekommen, die sie bestellt haben im Durchschnitt. Das ist aber nicht ganz so geil, weil eigentlich hat man ja abends zum Beispiel immer Peaks, also immer mehr Leistungsverbrauch, weil da mehr Leute auf die Webseite drauf zugreifen und so weiter. Und deswegen hat KVM gesagt, wir machen das Gegenteil. Jeder kriegt genau das, was er bestellt hat. Und wenn jemand mal mehr verbraucht, dann hat er Pech gehabt. Dann hat er halt keine Leistung mehr. Das bedeutet aber für euch auch, ihr bekommt genau das, was ihr bestellt habt und nicht mehr und nicht weniger. Und vor allem gibt es auch keine Einbußen bei der Sicherheit. Zum Beispiel Speicher auslesen oder sowas kann man nicht machen. Ja, sehr angenehm. Und natürlich dann auch das Hin und Her. Wer bekommt jetzt wie viel Speicher und das Neuzuteilen und so weiter. Diese ganze Performance da, die bleibt euch vollkommen erhalten. Und oh, hier unten gibt es noch ein paar schöne Visualisierungen. Wie stark die ganzen Dinger jetzt in KVM. Eindeutig geiler. Okay, wollte ich euch nur ganz kurz gesagt haben. Wir schauen uns noch mal ganz kurz an, was es alles gibt. TS3-Server, ich glaube, da brauche ich niemandem was dazu sagen. Teamspeak sollte jedem auch ein Begriff sein. Wenn nicht, dann schaut einfach mal drauf. Gameserver sind vielleicht auch interessant für die Leute, die gerne zocken. Left 4 Dead 2 ist ein ziemlich geiles Spiel. Aber auch Minecraft oder sowas oder CSGO gibt es alles. Das dedizierte Server und wie gesagt, die virtuellen Server. Da habt ihr eben diesen V-Server Mini. Beziehungsweise die ganzen anderen Server. Wir werden uns mit dem V-Server Mini hier begnügen. Wo eigentlich nicht ganz so viel Leistung hat. Ihr seht es, hier hat er eigentlich wirklich nicht so viel. Also eine CPU oder ein CPU-Kern sozusagen. 512 MB Arbeitsspeicher, 25 GB Festplatte und 100 MBit ist wirklich nicht viel. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr braucht, dann einfach individuell euren Server zusammenstellen beziehungsweise die anderen Pakete mal angucken, ob die vielleicht für euch besser passen. So und dann können wir jetzt loslegen. Perfekt. Was ihr als erstes braucht, ist ein Kundenkonto. Ich bin schon angemeldet, wie ihr seht. Aber dazu einfach mal auf Kundencenter gehen. Und dann kommt ihr auf dieses wunderbare Feld. Hier könnt ihr euch dann später anmelden. Beziehungsweise einfach hier unten registrieren. Und ja, total easy. Wie immer eigentlich Passwort und so weiter. Kennt ihr den ganzen Folgen. Kennt ihr. Das Wichtige ist bloß, ihr müsst eure wirklichen Daten angeben. Also nicht irgendwelche Fake-Daten. Weil das Ganze wird eingetragen in den, also wenn ihr eine Domain bestellt, wird das Ganze eingetragen. Und ihr müsst dort quasi vertreten sein. Also offiziell eingetragen werden, sodass es jeder nachlesen kann. Das muss, im deutschen Recht steht das drin. Das muss tatsächlich so sein. Genau. So und dann landet ihr hier. Das ist einfach eine Übersicht, was ihr so alles habt. Ich glaube, da kann man auch selber ganz gut durchkommen. Das Interface ist ziemlich gut. Was ich ausgeblendet habe, nicht wundern. Hier stehen theoretisch noch eure Daten. Die sollen natürlich nicht öffentlich sein. Deswegen habe ich die einfach mal hier ausgeblendet. Hier findet ihr dann einfach alles. Und ich werde das wirklich Schritt für Schritt mit euch zusammen quasi machen. Ich werde jetzt heute und in diesem Video meine Domain registrieren. Also ich habe noch keine und ich werde jetzt eine registrieren. Dazu brauchen wir natürlich erstmal Guthaben. Deswegen gehen wir hier auf Aufladen. Ich habe bei mir schon Guthaben aufgeladen. Das habe ich im Vorfeld tatsächlich schon getan. Und wir wollen uns eine Domain bestellen. Jetzt hat es hier zwar ein Video, wie man das macht. Aber ich glaube, ihr seid ganz gescheite Leute. Und seht, dass es hier einfach nichts gibt, wie man dieses Ding hier, ja, wie man kein Guthaben drauf bezahlen kann. Das liegt an euren Adblockern. Adblock Plus ist böse. Adblock, der normale Adblock ist okay. Das heißt, wenn ihr den deaktiviert und die Seite neu ladet, dann habt ihr plötzlich die Möglichkeit, Aha, ich kann jetzt auf einmal hier Geld überweisen. Und zwar mit PayPal, Sofortüberweisung oder Vorkasse oder PaySafeCard. Das heißt, hier einfach den Adblocker deaktivieren und schon habt ihr die Möglichkeit, ja, Geld auf euer Konto zu überweisen. Das braucht ihr logischerweise, weil alles ist prepaid. So, was wir jetzt machen wollen, ist uns eine Domain bestellen. Eine Domain bedeutet, ihr werdet bei einem Domain Name System, also kurz DNS, werdet ihr eingetragen. Und dort wird dann quasi euer Name festgehalten für alle Welt. Und jeder kann dann mit eurem Namen, also mit eurem zum Beispiel hk-hosting.de, ist eine Domain. Und für so eine Domain muss man natürlich zahlen, weil die ganzen Domain Name Systems, beziehungsweise die Server dafür, müssen natürlich diese Domains auch verwalten. Und ja, deswegen kostet das Geld. Macht ja Sinn, oder? Jetzt könnt ihr hier natürlich eure Domain verlängern. Ihr könnt eine neue Domain registrieren oder ihr könnt eine Domain transferieren. Die meisten von euch werden wahrscheinlich noch keine Domain haben. Deswegen gehen wir hier einfach mal auf Registriere eine neue Domain. Und warum machen wir das als allererstes? Warum holen wir uns nicht einfach direkt einen Server? Aber, naja, ohne Domain kein Server, das ist leider so. Und ja, wir werden uns jetzt hier registrieren mit der Domain TheMorphos. The-Morphos. Tutorials lasse ich hier jetzt tatsächlich weg, weil vielleicht machen wir noch andere Sachen und wir bleiben nicht nur bei Tutorials, aber wahrscheinlich wird es das schon, naja, egal. Auf jeden Fall, registrieren wir jetzt mal oder gucken erstmal, ob unsere Domain irgendwie schon existiert, denn es darf ja keine Domain doppelt geben. Sonst weiß der arme DNS-Server nicht, wo er hinrouten soll. Das heißt, er weiß nicht, ob er jetzt zu eurer Webseite oder ob er zu der Webseite von eurem Konkurrenten soll. Und was wir jetzt hier sehen, ist ungefähre Preise, was wir so bezahlen müssen. Ich kann hier sogar eine Domain mit .lol oder .xyz oder sowas haben. Aber ich möchte eigentlich bloß meine DE-Adresse. Deswegen klicke ich hier jetzt einfach mal drauf, auf meine 5,99 Euro und auf Fortsetzen. So, und wir wollen auch tatsächlich die Name-Server von Haka Hosting benutzen, sonst müssten wir selber irgendwie einstellen, das wäre ein bisschen blöd. Und ja, wir haben unsere richtige Adresse angegeben. Das ist tatsächlich wichtig, dass ihr das gemacht habt. Da steht tatsächlich ein Gesetz drin, dass man das machen muss, weil man sonst solche Sachen wie Spam verschicken oder sowas machen könnte. Das ist natürlich nicht der Plan. So, und diese Domain ist dann tatsächlich jetzt mal meine Domain. Ihr seid live quasi dabei, nicht ganz live, ich schalte das Video erst später frei, wenn ich diese Domain bekomme. So, jetzt habe ich mal ein bisschen was übersprungen und zwar oben drüber steht meine Adresse und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt alles nicht so für euch sichtbar gemacht, weil ich möchte nicht unbedingt morgens um 3 oder sowas bei mir auf dem Handy angerufen werden, wenn ich am Schlafen bin. Was aber manche Leute tatsächlich auf Facebook tun und ja, ich habe das alles tatsächlich auch schon gelesen. Und Newsletter kennt ihr ja, kann man machen, wie man möchte. Ich brauche jetzt gerade keinen, weil ich die, wie gesagt, auch persönlich kenne. So, klicken wir hier einfach mal drauf. Was ihr dann bekommt, ist ein Formular, wo drauf steht, welche, ja, das hier quasi, also alles nochmal zusammengefasst und ihr könnt das Ganze mit Guthaben bezahlen. Einfach auf den grünen Button klicken, dann landet ihr hier und bekommt eine passende E-Mail dazu. Ihr könnt jetzt auf die Client Area zurückkehren sozusagen. Und das war es auch schon für das erste Video, würde ich sagen. Wichtig zu sagen ist jetzt natürlich noch, dass eure Domain nicht unendlich gültig ist. Das heißt, ihr müsst diese 6 Euro oder was es auch immer gekostet hat, also mein, 6 Euro, weil sie .de ist, .com ist ein bisschen teurer. Je nachdem müsst ihr immer jährlich zahlen sozusagen, damit ihr eure Domain behalten dürft. Sprich, damit die DNS-Server und so weiter und so fort weiterhin eure Domain verwalten können. Sprich, damit auch ihr online verfügbar seid für alle Leute. Das ist schon ziemlich wichtig, dass man das auch tatsächlich hat, aber ich denke, 6 Euro im Jahr ist ein, also ist ein Preis, der ist ganz okay dafür, dass man einfach so eine Webseite hosten kann oder generell alles hosten kann. Ich meine, ja, über die, über die Adresse habt ihr dann auch quasi eure Web-Server erreichbar. Und, ja, nächstes Mal machen wir dann weiter, da bestellen wir uns dann so einen kleinen V-Server. Ihr könnt schon mal in der Zeit mal ein bisschen rumgucken, ob euch was interessiert, vielleicht die Game-Server. Hier gibt es auch ein paar coole, da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mal da einen zulege. Ich meine, 15 Cent monatlich ist jetzt echt nichts. Und, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!